hey und willkommen zu einem weiteren video hier von rasapflumi wir sind zurück bei einem neuen video schon wieder ja es geht jetzt ein bisschen rasanter zu es geht rasant zu bei rasapflumi ja kleiner scherz keks aber es geht tatsächlich mal wieder ihr seht ist natürlich schon am titel es geht natürlich wieder um der herr der ringe unboxing und ich habe gesagt beim jetzt mal waren wir fertig aber da stand ja hashtag 1 also teil 1 da gibt es noch ein bisschen mehr zu erforschen dessen kommt heute der zweite teil von herr der ringe unboxing und da brauchen wir erstmal die herr der ringe box dazu und da haben wir sie auch schon das wunderbare stück das ist schon wieder hier der herr der ringe gespielt vom ersten zeit wisst ihr ja schon so ein bisschen die grundsachen deswegen sagen schauen wir uns das ganze ist mal wieder an und vielleicht wird es nicht so viele cuts gehen dem video wir werden es aber sehen bisschen an cut sollte es vielleicht sein du kannst nicht vorbei und mittelerd haben wir sich auch wieder so also ich will ja was steht denn hier jetzt kann ich nicht lesen was hier steht das ganze habe ich das in die ein guck das ist ein bisschen sehr klein geschrieben hier ich schätze mal ihr könnt hier gar nicht erkennen vielleicht so ein bisschen dass hier maurer ist das ist moro hier ist isgard hier ist gondor mir das hier braucht man ja echt eine lupe das ist schon sehr sehr klein geschrieben muss ich ja tatsächlich erst mal sagen zu den filmen eventuell auch noch mehr in dem zweiten teil wir werden es aber noch sehen ich schaue mir das ganze jetzt mal an holen wir uns erstmal den ganzen kram wieder aus der herr der ringe die gefährden extended edition hier haben wir nämlich frodo sam frodo gandalf und armen ich glaube es sind die selben in einer anderen reihenfolge vielleicht so weiter ich krieg den ganzen kram nicht auf das ist gut es ist mit einer hand ein bisschen schwierig wir könnten also wir haben uns das jetzt angesehen ab 16 wissen wir wir können uns das bucket ein bisschen genauer anschauen jetzt mal ab jetzt versuche ich weniger cuts zu setzen ok weniger cuts ab jetzt ich hoffe ich kann das hier irgendwie so warte es muss ich irgendwie ok red 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 also die lord of the ranks exxenet edition die definition exxenetische von herr der ringe die fährt ist einzig art ist entstand speziell für das heimkino weil ich redet peter jackson in bezug auf die lauflinge ich anschreien musste fügt er mehr als 30 minuten als 34 minuten in 30 minuten länger als die normal version sie wissen bescheid der filmte der herr der ringe realisierte peter jackson den traum seins liegen so der wollte sicher gehen dass jede phase dieses gigantischen unternehmens für die nachbild erhalten bleibt ja da seht ihr mal was da so abgeht riesen so richtig die feinen sachen hier so richtig hier sind jetzt die einzelnen szenen aber natürlich auch wieder hier spoiler warnung ganz klar also wenn ihr das jetzt noch nicht kennt schaltet bitte ab szenen szenen warten ein sagen hier sind die szenen aber ich glaube auch dass selbst wenn ihr das kennt macht das ist ja so wie sind hier steht dann neue szene erweiterte szenen steht hier das kann das sind glaube ich dass wir auch hier disk eins und das wird bis zwei so ungefähr ist das also wirklich richtig haben sie sich hier mühe gegeben von 2001 ich gucke jetzt hier haben wir irgendeinen stamm stamm wahrscheinlich stand stammen baum sagen wir es mal so irgendwie sowas irgendwie sowas ich packe das jetzt hier mal kurz ich packe das mal kurz rein das ganze ist natürlich auch auf blu ray ist eben auch schon sehr gut zu wissen das kommen die zwei türme warum das abzelt ist gute frage heißt da ist also ist halt auch in der externen edition immer noch ab zwölf ist ja der film ist also oder so abzelt ist in der externen edition nicht der film bleibt abz der bleibt so zwölfig wie er eben ist hier ist noch nicht ein bisschen anders ja die definition externen von dieser türme den zweiten film der dringend hier wurde exklusiv für das heimkid von der rix und seinem produzent team geschehen sie fügten 42 minuten mit 9 oder weiter 10 zu also zwölf minuten mehr also noch mal viel mehr diese enthalten 200 erstmals gezeigte visuelle effekte wirklich der crazy shit wort wirklich warte mal hier haben wir auch wieder zehn wahl teil 1 und auch wieder wieder hier ist spoiler auf jeden fall am start leute auch wenn ich euch natürlich nicht so richtig was erzählen aber so ein bisschen zwei ist das ganze hier aber wenn der herr der ringe unboxing teil 2 auf dem titel steht hier auf diesem video dann wisst ihr ja auch geschafft das war jetzt erstmal von die zwei türme und herringen die fährt erstmal die kleinen booklets also die kleinen heftchen wenn man das so sagen darf und zwar kommt das hier natürlich wieder rein und dann machen wir das ganze zu und dann kommt das hier wieder rein logischerweise natürlich denkt ihr euch jetzt da kommt bestimmt noch rücker des königs aber falsch gedacht rücker des königs heben wir uns tatsächlich für den wir haben zwar noch nicht so viele minuten auf der uhr von dem video aber ich zeige euch natürlich wie immer noch etwas anderes in diesem video weil das video etwas länger geht das kann jetzt erstmal weg ja es ist weg und da wollte ich euch noch mal was anderes sagen ich habe der ferner so gestern schon gezeigt ich habe hier im letzten video gezeigt das kann ich euch jetzt nicht verlinken in der wendung schreiten ist jetzt geht jetzt hier licht an und hier licht ist ready und die wohnung ich weiß nicht wie ich schreibe es schreibt in die kommentare ob ich schon mal ich bin besitze ich glaube ich mir euch schon mal ein video gezeigt habe hier über meine wohnen jeweils auf diesem kanal auf diesem kanal bin ich mir wie gesagt gar nicht mal so sicher wir haben hier ein ganz normal balkon eigentlich nichts besonderes eigentlich ich wohne auch wie viele andere leute natürlich in einer wohnung oder wie habt ihr es denn letztendlich gedacht schreibt in den kunden auf ihr öfter videos sehen wollt wie ich hier in meiner wohnung bin ja schon ich habe schon mal ich habe schon mal ein video gezeigt das stimmt aber das war in der alten wohnung ich bin ja umgezogen was aber auch mittlerweile schon ein halbes jahr her ist und ich wollte euch das einfach mal zeigen weil ich ja umgezogen bin ihr seht das ist also etwas anders so ja nur zehn nach vier jahr jetzt auch hier ganz normal mit mit autos hier sagt der kollege vor so wir haben hier mein mein kater haben wir hier sag mal hallo okay der will jetzt gar nicht alles gut dann machen wir mal nicht aus wieder hier ja und das zu sein auch wie wir sein ich wollte kurz die wohnung zeigen ich kann auch nur irgendwann videos machen zu meiner wohnung das können wir gerne machen aber das soll es erst mal gewesen sein okay dann soll es das gewesen sein mit dem video und abonniert bleibt aktiviert die glocke und ihr seid eine super coole sacke jetzt beim nächsten video und schreibt in die kommentare ob ihr es wird noch einen dritten einen dritten teil von herr der ring exzellentischen geben und dem unboxing das sollte der finale teil werden und dann soll es eigentlich passen und ja gibt euch auf jeden fall auch selber die filme weil herr der ringe ist einfach nur geil habt noch einen schönen tag